Ja, soweit ist alles ganz gut. Ich glaube, die Jungs sind gut unterwegs. Ja, Training passt auch, ist viel taktisch noch, aber ich glaube, das ist wie in jeder Vorbereitung am Anfang, gehört das einfach dazu. Und ja, wir schauen, dass wir alle gut reinkommen, dass wir alle dieselbe Linie fahren und bis jetzt klappt es ganz gut und ich glaube, das geht auch weiter so. Es ist nicht nur taktisch, nach dem Eistraining müsst ihr auch öfter mal laufen. Das ist aber kein großes Problem für dich, oder? Ja, großes Problem ist es jetzt nicht unbedingt, aber ja, das ist halt Vorbereitung, das gehört dazu. Da müssen wir schauen, dass wir fit werden bis zum Saisonstart und ja, das ist das ganze Mal, das ist nicht das Schönste, aber ja, wie gesagt, das gehört dazu. Du bist in der Kabine gut angekommen, hoffe ich. Du hast auch einen Dolmetscher direkt neben dir sitzen, Florian Busch. Hast du darauf gehofft? Ja, es ist schön neben dem Buschi, also das ist gar keine Frage. Wir können uns gut verständigen, aber ja, da gibt es sonst mit den anderen Jungs jetzt auch keine großen Probleme. Dann noch die kurze Frage, ob du dich schon auf das erste Testspiel freust? Das ist ja immer doch noch was anderes, wenn man nur trainiert oder dann spielt. Ja, es ist wie du schon sagst, wir trainieren jetzt schon eine Zeit lang und ja, dann gehört einfach das Spiel dann dazu. Da freut man sich drauf. Man mag ja nicht nur trainieren, man mag ja im Spiel dann die ganzen Sachen ausprobieren und ja, es wird schon Zeit jetzt, dass wir auch mal ein Spielchen haben. Du bist relativ neu in Berlin, hast die eine oder andere Sache vielleicht schon erkundet. Wie bewegst du dich denn eigentlich fort? Ja, sobald das Training erlaubt, schaue ich schon immer, dass ich mich ein bisschen umschaue in Berlin. Momentan bin ich eigentlich nur mit dem Radl unterwegs. Das klappt jetzt noch ganz gut und ja, ich schaue, dass ich vieles erkunde, dass ich vieles sehe. Ja, bis jetzt war es noch nicht ganz so viel, aber was ich gesehen habe, war ganz cool und ganz schön und ja, ich freue mich auf alle Fälle auf mehr. Alles klar. Leo, vielen Dank und viel Erfolg fürs erste Spiel. Dankeschön. Vielen Dank.